Du bist geistig. Ja. Du bist geistig. 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 Geistig. Du bist geistig. Du bist geistig. Du bist geistig. Du bist geistig. geistig. Du bist 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 geistig. Gratophilie. Béem were! Da gehts! Rocky Reels, das ist das Gute. Das geht doch schon, der K. Alter, keine Waffen, ey. Fick dich. Ich habe mir jetzt ganz einfach einmal eine Waffe aus dem Automaten geflacht. So schaut es aus. Oh Gott, du hast mich nicht geflacht. Oh Gott, du hast mich nicht geflacht. Einer ist tot. Da war ein Mädelspray. Da war der Meer. Wo schießt du wer? Wird da bei dir geschossen. Gib den einen. Kommst du zu meinem Baum? Ich höre jetzt einen Schildspray. Oh bin ich lasse. Ich habe ihn geklezt. Ich kann ihn nicht sehen. Ich hab ihn nicht gewusst. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich schroff. Welche? Nein, ich habe es gar nicht gut gehört. Da war ein Waffen-Metro-Dämpfer, ein Gold. Das war ein Waffen-Metro-Dämpfer, ein Waffen-Metro. Ja, ja. Da war ein kleiner Schubgack. Da ist ein Monekisten. Die kommt bei mir. Die ist saugend. Ich habe es in blau. Ich weiß nicht, was hast du? Grün. Fahrst du kurz mit? Hallo? Werder? Genau. Jeder schaut längst rechts bis das Tresor offen ist Lass das Tresor es offen Du kannst, da, da war die Kobra, die ich mir in blau gehöre. Ah, du willst sicher ein paar Mommes brauchen, oder? Okay. Ja, den Rest von der Schrotten, ein bisschen was da. Na, wir fliegen. Wir fliegen, wir fliegen. Da, da zu dem. Gebeide da, hier. So, vielleicht bohren wir ja da. Boah, schreck mich. Ich muss gar vorne. Ich muss nämlich meine Evo-Krom-Waffen aufmotzen. Und da ist auch so ein liebes Ding. Hey, bleib da. Bleib da. Das ist da. Bleib da. Na, kröner. Du brauchst ja ein paar Munnen, oder? Da waren noch... Snap! Nein, ich bin da ganz herum jetzt. Da bin ich. Ich hab das eh markiert gerade. Tue weiter, weil sonst kommen die anderen. Ja, einer schießt schon auf mich. Ich muss aber gleich rausfinden von wo. Kommst du her? So weiter. Maserl? Du kommst ja weg. Ich hör mich gerade voll dreifach sogar. Ja, da ist eh ein Versteck. Ich pass eh auf. Da... 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 Und fliegen... Und fliegen wieder weg. Ich bin da in der Krummwürtke. Da... 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 Das ist so richtig bass. Da... 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 Die... Da... 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 So, bisse, check, gibt's da. Ich bin wieder höher. Alter, wo bist du auch gesprungen? Bist du vor mir jetzt herum gewesen? Achso. Okay. Lass mich ran, auf die schießt schon wieder. Bist du in der Nähe von mir? Dome geht's. Guck, schätze. 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 Alter, der hat zwei grüne E-Bos gehabt. Ernsthaft? Ich hab auch einen gehabt. Der hat wirklich zwei grüne E-Bos gehabt. Na, ich hab echt einen Mädchen. Ja, ich hab das. Das ist aber auch wenn ich alles auf der Nähe habe. Das wäre für mich sicher nicht angeschickt. Zum einen. Wieso? Wieso? Du kannst du nur hier hin? Wieso? 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 Wir hätten sogar noch ein bisschen Zeit, gell? Ich hätte nämlich zwei Schlüssel. Ja dann, komm. Fangen wir zum Presseur. Wieso? 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 Jeder schaut wieder auf eine Position. Aber mir ist frei. Hey, die Hebel. Hebelschlepper. Juhu. Ich hab schon drei. Nein, bleiben wir da ein wenig herum, weil die Zone kommt. Bleibt du da schnell. Ich geh nämlich schnell Waffen auf nutzen. Ich geh nicht hin. Alles klar, dann zwar den Weg zuerst. Das sind nemes Waffen. Das sind alle von den Einsch�ren. Sieht hier über deinem Geist. Ja, du musst nicht da hinten ein wenig schaden, aber du musst halt auf die andere Seite gehen. Da kommen sie jetzt auch. Da schießt du wie auch, gell? Einer ist am Boden. Da ist auch jemand. Da ist auch ein Affe. Ich hab mich da jetzt in den Affen gelegt. Ah, die können. Jawohl, das war ein gutes Team. Gut, das ist auch noch. Da ist auch noch einer. Ich schaue ein wenig in den Sonnen. Ja, da ist auch noch ein wenig. Ja. Oder auf dir. Fest. Ja, Oma. Komm her. Da. Wie ist das? Wir sehen uns jetzt. Auf dem Arm geschlagen. Jawohl. Ja, den habe ich schon da gemacht. Hier, wir haben nur Spielzeit. Da liegt der Lilla nicht. Oder? Keine Ahnung. Ja komm, wir müssen. Einen fliegen. Und gleich den Gleiter entschuldigen. Bist du hier raus? Gut. Dollar fliegen wir hier. Dollar. Nein, da ist der nächste Tresor. Vorsicht, da kommt noch ein paar Leute zu. Ach so, den hat schon wer aufgemacht. Aber ich kann den Medischpray wechseln. Also nicht da noch 135. Aber wir warten eben in der Sonne herrin. Ich muss nachladen. Kannst du auch machen. Na, bist du eh nicht schlecht bei den Kills, ha? Bei Kills hast du. Da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer. Da kommt einer mit. Wir müssen nicht hoch. Ja. Du hast gleich die Lilla nicht. Die mir. Also. Da schießt wer unten. Da schießt man mit der DMR-Stelle runter. Wenn wir es sehen. Auch da drüben. Da drüben. Können Sie. Vorsicht. Da oben steht auch ein. Da sind auch zwei. Wir fahren weg. Ja. Wir fahren weg. Da stecken. Da unbedingt draußen fahren wollen wir jetzt dann. Ja. Da geht die Evo. Ja. Ja. Habe ich. Was? Ja. Ich sag das. Da ist ein. Da ist ein gutes Versteck. Da gehen wir her. Wenn ich denk. Warte. Als erster. Ja. Jetzt müssen sie es nur kommen, oder? Ja. Oder? Ja. Er versteckt sich hinter dem Steuer, das Auto. Schützt mich. Jawohl! Den habe ich. Den habe ich jetzt erwischt. Ich habe meine Kran herausgelegt. Es wird deswegen auch vorhin die Kranke nicht gesündigt. Jefe Kranke nicht fest. Sie hat es mir gefällt. Welche Kranke nicht, wo er nicht angeht. Es ist ganz schön. Ich habe diese Kranke nicht geplant. Ich habe es nicht gemerkt. Ich habe deine Kranke nicht zu tun. Ich werde mittlerweile die Kranke nicht bei uns genommen. Ich werde die Kranke nicht dabei sein. Da schwingt einer, wenn er nicht schießt. Hier ist der. Zwei Reiter. Wir missen. Wir missen. Ausstecken. Jetzt. Was ist das? Mann, er ist da unten. Ich wollte noch einen Feuertagissen mit der Krone, dass ich noch einen Kronensieg zusammenbracht habe. Du hast jetzt natürlich auch einen Kronensieg. Ah, yes! Die Arme erledigt. 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 Vielleicht hat er da irgendeine Einstellung oder so gemacht. Ich weiß es nicht. Was? Hallo? 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 Steck dir deinen Koffel auch klein in. Oder? Du... Du saß sie in. Nein, ich hör dich nicht. Hallo? Nicht einmal. Nein, ich hör dich nicht. Ja, jetzt. Die Kofführer sind auch für den Arsch schon. Was? Die... 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 Was? Wo man sich doppelt hört? Äh... Libro. Bist du so niet locker? Ah, sie, Koff. Wann hast du Goldblatt? Sir? love the G HASN the Wait... Was willst du von mir? Aha. Besant. Wenn wir jetzt wieder so ein gutes Team sind wie Cheers. Dann droht man das eh wieder. Du musst halt auch schauen, dass du gleich mal, wenn du in der Luft bist, eine Runde übers Rockgerills fliehst, wo gleich eine Waffe liegt. Da laden sie. Und wenn du die Schritte herst, gleich nach rennen und den einmal zu lenken. Lasst bloß immer. Bei mir ist schon relativ... Ja, schau dir mich an. Ich bin auch gleich dran gewesen. Ich habe aber nicht recht viel gerade dabei. Und bei mir kommt noch einer. Ja, ich bin auch dran. Ich weiß auch nicht. Ich bin auch nicht. Aber ich brauche vorher mein Leben. Ich hole dich gleich. ich weiß dass du aus mir uns zu drittlos gegangen weil die haben mit dem bot auch angeschossen die Oli. 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 ja so ja la 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kommst du her? Kommst du her? Kommst du her? Kommst du her? Ja, kommst du. Kommst du? Naja... Jetzt muss das so... Stimmt nicht, aber auch nichts mehr gehört. Lala... Lala... Nieu... Oh, bye, evil gump. Puzzle. Da randaliert wer. Achso, der boppt. Jo war gut, randaliert. Du schießt wer. Ja... Auf die schießt gleich wer. Da ist auch nur einer, oder? Achso. Ja... Da vorn. Da vorn. Ah, auf der Kinoleinwand steht aber auch einer. Klaube. Ja. Klaube. Ja. Klaube. Was? 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 Da ist der Evo gekommen auch schon aufgelöst. Ich bin schon auf Lila. Oha. 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 Bei der... Dollar gibt's... Tolles Muni. Tisten für Devo. Also du kannst das... Was heißt der Mauer? Was heißt der Mauer? Psss. 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 Ich hab mir gut... Ich hab mir gut... Ich hab mir gut... Det er mir gut... Im Lila. Von dem Mauer. Denk. Also der vom vom... Bam. Ah. ... Der ist jetzt der. Oho. Oho. Ja. Der war der andere in mir. Fy... Oh, er ist da. Wo ist's? Jawohl. Da nimmt er, wie es klampft. Wie gibt's das, dass du jetzt mehr Kills hast, wie ich? Du... Der Lille ist besser, als der Blau. Ach so. Was denn? Was denn? Was ist alles gut? Ach so. Da ist eine Blau-Idee mehr. Äh. Nein, 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 nein. Ja. Jetzt war alles so Lille, aber nein. Okay, das war ja nichts. Soll ich noch nicht mehr. Okay. Hast du einen Flüssen? Nein. So, ich muss mich da verstecken, weil ich auch mal schiffen gehen muss. Ich bin da herum. Ich bin wieder da. Ja, ja. Okay. Das war vielleicht schon fertig. Ist das richtig oder was? Angeblich. Ja. 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 Oh, da schießt, ne? Und dann würde ich hier vorpassen jetzt. Gut. Passt denn. Jetzt fahr ich durch, ne? Gut. Oh, da ist er... Da schießt... Da schießt wer, gell? Die holen wir sie. Die haben da eh... Uah! Mühe fallen. Wo bist du? Ja, ich bin aus Versehen da auch nicht gesprungen. Oh, das ist doch nicht erwischt. Passt. Jetzt sammeln wir da... Jetzt sammeln wir da noch schnell die Muni. Okay. Genau. Da oder, ich bin dort schon erst grad eh gegründet. Natürlich hat's mich noch... Ja. Alter, jetzt spielst du besser im Kilm wie ich, oder was? Jetzt... Ich hab ja recht nicht... Sechs Kills müssen es geben. Weil insgesamt ne Kills haben wir. Und ich hab... Drei. Ja... Zuerst du bist... Besser im Kilm... Da kommt... Da kommt... Ja... Ja... Wir haben es... Wir haben es schon gesehen. Ich bin down. Aber er hat nicht mehr viel. Er hat nicht mehr viel. Was? Was? Schieß auf den. Er hat nicht mehr viel. Scheiße. Eu! Ja... Ja... Bedient euch an unsere Waffe. Faul! Ja... Es waren sogar zwei Ronenträger. Ha? Siehst du das? Ah, ja... Ich bin vielleicht bereit da zu tun. Ja, passt schon. Verurter mich nicht. Ja, passt schon. Keine Ahnung wie der heißt. Ja, was sich grad heilt. Und außerdem sehe ich das nicht zu 100 Prozent, weil ich ja auch den... Den Live-Start, das genau links oben hab. Genau über die Balken. Ja, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Ja, was ist denn das? Oh man... Ja... 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 Okay... Ja... 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 Ich muss auch so jetzt alleine bleiben. Ha... Ja... Jetzt kann ich zu 100% weg und da stehen wir auf der Stelle, dadurch dass der Bus genau noch über den Sand drüber gefahren ist. Aufschrauben. Aufschrauben. Ich bin down. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin so. Ich bin, meine Schmerzen. Okay. 3 4 4 4 5 4 5 5 6 5 Ja, da in der Nähe vom Ding. Du siehst, dass ich eh. Ja, da in der Nähe vom Ding. 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 Falls der mal eine Evo grummsiegs oder so, ich war nicht abgeneigt davon. Ja, ich hab auch eine lila Evo-Schrot. Wie viel Schliessl hast du? Wir müssen nicht der wenige in die Sonne gehen. Da geht, da geht wer. Also ich hab grad die Schütze drauf gehabt, du auch, oder? Ich hau mich da rauf auf das Dach. Ja, wir sind eh herrin. Da kommen zwei. Da geht's, boah. Da geht's, boah. Da geht's, boah. Da geht's. Oh, was ist das jetzt? Okay. Jetzt passt es. Jawohl, ihr wollt kommen. Da gehen wir an zwei Flugobjekte, was ich sehe. Ich gehe jetzt zum Sturm, ich habe jetzt mein Evo, ich gehe jetzt zum Sturm. Ich bin eh hinter dir. Wir fliegen dann da her, ungefähr, weil da sind wir Mittekreis da. Ich bin schon weg. Bleiben wir ein wenig in der Luft, schauen wir mal. Die vier Sekunden schaffbar. Jawohl. Das ist perfekt. Das ist genau perfekt. Das war mir schwer. Ja. Ich konnte leider Hilfe brauchen. Oh nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020